Dieses Klemmbrett ist mit der Klemmmechanik und einer zusätzlichen aufgeschweißten Dreieckstasche versehen. Die Klemmmechanik kann oben, aber auch seitlich angebracht werden. In diese heften Sie Ihre losen Infomaterialien oder die Blätter, auf denen Sie später schreiben wollen. In die zusätzliche Dreieckstasche können Sie weiteres loses Infomaterial einlegen. Und in den Visitenkartenschlitz kommt Ihre passende Visitenkarte. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eine Stifthalterung anzubringen.